Wo ist Hardo? Ach, der hängt fest. Gegen die paar Hundis brauchen wir, glaube ich, keine Zauber- oder Fähigkeiten verschwenden. Zumal schon die Hälfte wieder tot ist. Was trocken Hunde? Fellfetzen. Nicht gerade was Interessantes. Okay, Tür zum Geheimgang. Au. Ja, wir verlassen den Kerker. Juhu. Was ist das denn? Sagt ihr mir nicht, dass es hier zur Schatzkammer geht, Moran? Bevor der Baron mich dort hineinführte, hat er noch etwas gemacht. Ich konnte es leider nicht genau beobachten. Was soll das für ein Ding sein? Sowas ist mir noch nie untergekommen. Hm. Was ist das für ein Zwergenwerke? Da sieht mir nach Zwergenwerke aus. Ja, meine Bröschel sind eben ziemlich erfinderisch. Der Baron mag keine Zwerge. Aber ein Verächter ihrer Handwerkskunst ist er nicht, wie man sieht. Und ihr habt wirklich nicht gesehen, was der Baron hier gemacht hat? Nicht genau. Ich bin mir nicht sicher. Aber ihr schafft das doch. Lass mich mal fallen. Ein Zwergenschluss erfordert ein Zwergt. Ist doch wohl klar. Das Symbol in der Mitte wird nicht umsonst dort sein. Das ist sicher eine Art Anweisung, wie die anderen Teile zusammen aussehen sollen. Ja. Okay. Erstmal bitte alle vor der Tür weg. Und dann lassen wir vorkommen und das Rätsel lösen. Mal sehen, ob er klug genug ist. Okay, sollen wir mal etwas ran. Die Schlüsselscheibe, Tresurtür. Okay, wir können das Symbol uns sichtbar machen. Okay, dann können wir anfangen, die Dinger zu drehen. Wenn wir es jetzt wieder sichtbar machen. Sofort. Natürlich. Das ist das Falsche. Das sieht gut aus. Ja, Vorgrem kennt sich aus. Okay, Ardo meinte, das sah schon richtig aus. So. Gucken wir uns das ganze Ding nochmal an. Ja, das Teil da passt nicht. Okay. Das passt eher, würde ich sagen. Aber nee, das passt hier nicht. Das ist der Strich hier. Jetzt fehlt uns nur noch der obere Kreisteil. Und der Strich hier. So, mal sehen, was die obere Scheibe sagt. Na, das sieht falsch aus. Und das hier sieht jedoch besser aus, oder? Naja, auch nicht ganz. Natürlich. Aber wir sind schon da dran. Bingo. In order. Okay. Einen Quicksave. Sicher ist sicher. Die letzten Schritte. Gerade, wir dachten, es könnte nicht nur noch schlimmer kommen, mussten wir von Mora erfahren, dass genau dies doch der Fall ist. Sie offenbarte uns die, uns Baron Daci ins Pläne für die rausgehobene. Erdmagister Kallenstein wollen sie an Zwin von Rabensmund, einem erklärten Feind des Kaisers, zum Geschäft machen. Sollte Ihnen dies gelingen, steht weit mehr auf dem Spiel als Adels Ehre und Kovins Grafentitel. Wir mussten machen, Daci und seine Hofmage Kallenstein aufhalten, bevor das Schicksal des Mittelreichs in die Hände von Ur-Super-Toren fällt. Äh, kommt's hier? Okay, der Sockel sieht leer aus. Bei meiner Treu, hier ist sie nicht. Dacin muss sie bei sich tragen. Als ich hier war, lag sie noch da. Aber Dacin sprach von einer Übergabe, die schon bald stattfinden sollte. Übergabe an wen? Er sagte, dass die Krone an einen gewissen Answin von Rabenmund gehen soll. Der wahre Kaiser, der das Reich zu alter Größe zurückführen wird. Äh. Woher kam eigentlich das Duplikat der Krone? Ich glaube von Rabenmund. Dieser kalten Stein brachte es dem Baron, der es mir gab, um den Diebstahl so lange zu verschleiern, bis sie losschlagen wollten. Ach, wenn Cuano nicht gewesen wäre, dann hätten wir wohl noch lange fröhlich getrunken und von nichts eine Ahnung gehabt. Gut, dass er die Krone stehlen wollte. Und was verspricht sich der Baron von Semper? Er erhofft sich Unterstützung, wenn er seinerseits Rabenmund bei einem möglichen Putsch gegen Kaiser Hall unterstützt. Er hat sogar eine Statue für ihn anfertigen lassen, um sich bei ihm anzubiedern. Rabenmund! Wenn der Neffe des Kaisers Anspruch auf die Krone erhebt, während er sie in den Helden hält, das darf nicht geschehen. Okay, wir sollten kein Zettel. Katrin hat die Krone sicher nach unserem Zusammentreffen an sich genommen. Wir müssen versuchen, ihn im Schloss ausfindig zu machen, ohne... Was ist das für ein Geräusch? Äh. Jetzt kommt aber nicht so eine Art Wachkolem oder so. Nein, es kommt nur eine Treppe. Uns ist der Rückweg abgeschnitten. So langsam habe ich die Spielchen satt. Mora, was hat das zu bedeuten? Woher soll ich das wissen? Die Tür ging von alleine zu. Und von diesem Geheimgang weiß ich genauso viel wie ihr. Nämlich gar nichts. Was... Was tun wir jetzt? Äh, Kaltenstein töten. Sonst bleibt nur der Weg voran, auch wenn es eine Falle sein soll. Es spricht wahrer Heldenmut aus dir, mein Freund. Ich bin froh, dich an meiner Seite zu wissen. Machen wir uns bereit für den Kampf. Und holen sie uns endlich zurück, die Raulskrone. Jawohl. Ich passe auf euch auf, Freunde. Da bin ich aber beruhigt vor Grimm. Das sieht etwas übertrieben aus. Ein versteckter Schatz ist offen. Oh. Hofgewandung. Bringt nichts. Dieses Kleid aus Marcuse Schneidermeisterei. Seien es... Oh, nehmen wir trotzdem mit. Almantisches Satellkleid. Können wir auch mitnehmen. Jede Menge Heiltränke. Brandsalbe für Fongrim. Klugheise Institution. Zaubertrank. Können wir alles gebrauchen. Aber sonst ist hier leider nichts. Und wir können Mora nicht dazu anstiften, das Ding zu öffnen. Nein, verschlossen. Schade. So, speichert und etwas rauszoomen. Wäre auch nicht schlecht. Mal wieder. Toll, wir sind wieder fest. Hallo. Du da. Ach, die. Hast du nur zwei... Mora, ihr lebt noch. Das wird Kaltenstein sehr interessieren. Okay, sie geht weg. Die hat schon... Hat ihre eigene Novize, obwohl sie selber... Er wäre nicht das Hinterhalt. Naja gut, die paar Söder drumherum sind kein Problem. Die da macht mir eher Sorgen. Fongrim stürmt mal da lang. Ardo stürmt da lang. Freire schießt irgendwo hin. Jetzt haben wir Duplikate hier. Duplikatus-Dovize? Welches ist die echte? Schleidern wir einfach mal überall hin. Okay, die wirft einen Haufen Blitz, was ich finde. Oh, unten voll mit Diktus. Aua. Ardo ein Beersaft. Feires gehen wir noch da unten. Okay. Fongrim. Hau drauf. Da steht noch so die Duplikatus-Dovizin. Ah, ich verliere langsam die Übersicht ein bisschen bei diesen ganzen Doppelgängerinnen. Vor allem finde ich es kacke, dass sie so schnell zaubern kann. Was? Feires, du heizt mal Ardo. Sicher ist sicher. Äh, nee, nee, du schießt. Weiter auf irgendwen. Am besten... Gut, Ardo ist geheilt. Ardo kann bei seinem Mehrfachschlag... Fongrim ist immer noch mit dem beschäftigt. Noch ein Duplikatus übrig. Du musst leider noch mal Fongrim heilen. Äh... Da wollte ich nicht hier laufen, eigentlich. Äh, Fongrim hat zwei Wunden. Das ist auch nicht so schön. Bin es mal ein Schleifstein. Ähm... Du solltest eigentlich endlich die Maklerin ausschalten. Äh, endlich ist mal einer von den Söckern umgefallen. Nummer zwei ist auch endlich tot. Fongrim kriegt seinen nicht kaputt. Dann versuche ich wenigstens bei dir zu werfen. Feires, versuch Fongrim zu heilen. So, und jetzt ist endlich die Novizin weg. Und Feires hat keine Munition mehr. Nachladen, bitte. So, so geht das viel schneller. Jetzt helfen wir mal Fongrim bei seinem Problemchen. Was? Ja. Angriff! Siehst du, Fongrim ist nur einfach, geht das. So, einer noch übrig. Dann wäre das schon mal erledigt. Den könnt ihr auch alleine schaffen, oder? Ich nehme mir währenddessen das Zeug von der hier an mich. Ne. Zum Glück. Äh... Trugbildern zweifle ich, dass wir wirklich alle erwischt haben. Womöglich ist es doch entwischt. Ja, die echte Klamme ist uns entwischt. Entwischt oder nicht. Diesen Kampf hat seligkeitsverlohnt. Bleibt nur noch meinen Gönner, Dajin, zur Rede zu stellen. Ja. Die haben das Essen aber im großen Saal schnell abgebaut. Tor zum Schlosshof. Wo wollen wir lang? Oder wollen wir da hinten lang? Ne, wir wollen den Schlosshof. Da warten wir wohl die nächste Überraschung auf uns. Dumm, die dumm, die dumm.